Zimt, Vanille, Nelken, Sternanis, Kardamom und Muskatnuss. Dies sind alles Gewürze, die wir mit der Advents- und Weihnachtszeit in Verbindung bringen. Größtenteils deshalb, weil sie in vielen der Leckereien vorkommen, die wir zur Weihnachtszeit essen und lieben. Doch wie kommt das eigentlich, dass es Gewürze gibt, die wir so sehr mit der Weihnachtszeit in Verbindung bringen? Als erstes fällt auf, dass all diese Gewürze ziemlich exotisch sind. Exotisch in dem Sinne, dass sie alle ursprünglich aus fernen Ländern stammen. Besonders früher mussten diese Gewürze daher aufwendig und langwierig mit Schiffen oder auf langen Handelsrouten aus fernen Ländern ins christliche Europa importiert werden, was sie außergewöhnlich selten und teuer machte. Regelmäßig zu finden, waren sie zu Beginn deswegen vor allem in reichen Haushalten. In bürgerlichen Kreisen und Familien waren die Gewürze deshalb aber nicht völlig unbekannt. Sie waren jedoch so kostbar, sodass man sie nur zu besonderen Anlässen wie eben Weihnachten verwendete. Die Versorgung mit diesen exotischen Gewürzen wurde durch den verbesserten internationalen Handel über die Zeit immer besser in Europa. Kriege und Handelskonflikte störten den Warenverkehr über die Jahrzehnte aber immer wieder, wodurch die Gewürze eine Besonderheit blieben und nur zu Weihnachten verwendet wurden. Heutzutage sind besagte Gewürze zwar immer noch verhältnismäßig teuer, aber dafür das ganze Jahr ausreichend erhältlich. Die Tradition, dass Zimt und Co. mit der Weihnachtszeit in Verbindung stehen, bleibt aber bestehen.